Das Besondere an diesem Dorf war, dass quasi über Nacht die ganze Bevölkerung arbeitslos geworden ist, weil die große Fabrik, die allen Arbeit gegeben hat, eine große Textilfabrik, hat dichtgemacht. Was wissen wir über Arbeitslosigkeit? Als dieses Team von jungen Soziologen 1932 nach Marienthal kam, da fanden sie folgende Situation vor. Familie 363, Arbeitslose, Unterstützung der Frau, vor kurzem Gespräch geworden, Einkommen im Augenblick null. Aufstehen, Mittagessen, schlafen gehen, das sind die Orientierungspunkte. Und zwischendurch, zwischendurch, da fällt ihm die Zeit. Ja, er hat ja nie regelmäßig gearbeitet, er hat sich ja gar nie um Arbeit gekümmert. Es war mir egal. Es ist meine Schuld jetzt, oder was? Wer ist entstanden, mit einem plötzlich auf ein Viertel verringerten Einkommen zu wirtschaften? Er, der sich nicht mehr beeilen muss, beginnt auch gar nichts mehr. Und er rutscht ab, aus einer geregelten Existenz, ins Ungebundene und Leere. Alles versuchen, alles! Was soll ich mehr? Was soll ich mein Blut geben? Was? Das Jahr 1926 wachte die ersten Anzeichen einer schweren Krise. Montag, Frühstück. Kaffee und Brot. Mittagessen. Erd, Brot, Suppe, Kiel, Schmal. Jause. Nichts. Nachbar. Kaffee und Schmalz. Dienstag, Früh. Kaffee und Brot. Mittag. Brot und Gerlertru. Jause. Nichts. Diese sechsköpfige Familie hatte 9,20 Euro für alles am Tag. Den ganzen Tag ist man eingesperrt. Wenn ich wieder in die Fabrik suchen könnte, wäre das mein schönster Tag. Auch hier so allein in den vier Wettbeeren, dann leben wir es ja gar nicht. Weil ich sind ganz am Tag eingesperrt. Wer nicht wieder zurück in die Fabrik könnte, wäre das mein schönster Tag. Ich habe Kaffee, 8,18 Euro für Kindergülle, Kaffee, 8,4 Euro für Parken, 30 Euro für 40 Euro für 50 Euro für 45 Euro für 45 Euro für 40 Euro. Und ich habe vier Schilling, dann bin ich da nicht in 50 Schilling. keine einzige antwort man hört draußen auf der straße ein belangloses geräusch und schon einen Augenblick spendeln, dass das Geräusch vergessen das Geräusch